In diesem Film lernen Sie, wie Sie manuelle Seitenwechsel erzeugen, anpassen und wieder entfernen können. Analog zu Word erzeugt auch Excel automatische Seitenumbrüche, die Sie in einer eigenen Ansicht bewundern und bearbeiten können. Klicken Sie dazu auf das Symbol Umbruchvorschau. Die gestrichelten blauen Linien entsprechen den automatischen Seitenumbrüchen. Damit Sie beim Blättern in großen Tabellen nicht den Überblick verlieren, blendet Excel die jeweils aktuelle Seitenzahl als Wasserzeichen ein. Zum Ändern eines Umbruchs verschieben Sie die Linie mit der Maus, die sich daraufhin in eine durchgehende Linie verwandelt. So können Sie jederzeit automatische von manuellen Umbrüchen unterscheiden. Gestrichelt gleich automatisch, durchgehend gleich manuell. Wenn Sie manuelle Umbrüche wieder entfernen, also zurück in automatische Seitenumbrüche verwandeln möchten, hängt die korrekte Vorgehensweise davon ab, ob Sie einen bestimmten oder alle manuellen Seitenumbrüche entfernen möchten. So entfernen Sie einen horizontalen Umbruch. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeile unter der Umbruchslinie und wählen Sie Seitenumbruch aufheben. So entfernen Sie einen vertikalen Umbruch. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Spalte rechts von der Umbruchslinie und wählen Sie Seitenumbruch aufheben. So entfernen Sie alle manuellen Umbrüche dieses Arbeitsblattes. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle und wählen Sie Alle Seitenumbrüche zurücksetzen. Statt der rechten Maustaste können Sie zum Erzeugen und Entfernen von Seitenumbrüchen auch dieses Symbol Umbrüche im Register Seitenlayout verwenden. Ich bin jedoch der Meinung, dass Sie mit den eben gezeigten Techniken einfacher und schneller ans Ziel kommen. So entfernen Sie mit der rechten Maustaste in der Umbrüche.